Hey ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Keine Sorge Leute, heute gibt es kein Reaction-Video. Heute gibt es ein Tanz-Video. Heute wird gedanced, Freunde. Ich habe ja schon mal so ein Video gedreht, denn es handelt sich um die Fortnite-Dance-Moves. Und die werde ich heute wieder nachmachen. Und ja, denn das letzte kam echt gut an. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an und let's dance! Bis zum nächsten Mal. 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 Wenn ihr mehr Tanzmus sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin fix und fertig. Und ja, ihr wisst, was zu tun ist, also spammt voll und ich hoffe, dass wir dort euch gefallen und ihr konntet vielleicht ein bisschen lachen und ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal im Video. Tschüss.